Psst! Du! Psst! Kleiner! Hä? Komm her! Redest du mit mir? Ja, ja, Kleiner! Komm her, kleines Kind! Komm! Psst! Psst! Was gibt's denn? Komm jetzt her! Komm! Komm, komm, komm! Ja, mehr zu! Wenn du das Auto einsteigst... Ich hab Süßigkeiten für dich! Steig ein! Süßigkeiten? Ja, hier im Auto! Steig ein! Nein, ich will keine Süßigkeiten! Steig ein! Süßigkeiten! Lecker! Haribos! Steig ein! Ich bin erwachsen, ich brauch keine Süßigkeiten! Steig ein! Äh, ja! Ich steig ein! So, mit freut euch meine kleinen Bastards! Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute! Heute spielen wir wieder VR! Denn ich und mein albanischer Freund sind ausgewandert nach Amerika! Und was euch da erwartet, seht ihr im Video! Schaut das Video bis zum Ende an! Like da lassen! Abo da lassen! Kurz geht raus! Brexit! Oh, du Bahn! Ein Albaner! Ein Türke! Sind gestrandet! In einer neuen Welt! Warte, ich muss kurz die Welt zeigen! Warte kurz! In einer neuen Welt! In der USA! Bruder! Wir haben das Leben als YouTuber satt! Stimmt? Es stimmt! Ich hab keinen Bock mehr jeden Tag Videos zu machen! Für irgendwelche kleinen Pisser da draußen! Genau so sieht's aus! Und deswegen... Ja! Ehm... Oder? Ähm... Soll ich dir das kurz anmachen? Mach mal... Hier... Mach... Kannst du kurz... Du weißt, es ist ungesund, ne? Wir sind in dem weiten schönen Amerika. Wir haben unsere Bratpfanne hier. Okay. Mit der verdrechtig Brexel kommen wir in der Scheibe. Junge, Junge, okay, okay, okay. Okay, sag Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, gut. Hier ist unser Bier, unser amerikanisches Freddy-Bier. Sag Entschuldigung. Entschuldigung, bitte, bitte. Wir haben hier... ...Urtensilien. Wie heißt das? Wie heißt das? Utensilien, du Dummkopf. Denn, Freunde, ich hab... Guck mal, da ist ein kleines Ente. Ente. Ente, Ente. Okay, Brex, wir sind im wunderschönen Amerika. Und weißt du, was in Amerika geil ist? Burger. Ey, ich will auch einen. Junge, das ist meine Wurst. Ey, hör auf. Willst du? Ah, Junge. Okay. Geh mal her, du hättest du dich. Okay, ich fütter dich sanft. Schau mich an. Schau mich an. Mach deinen Mund auf, genau. Ja, du hast alles gegessen. Du bist ein Maschallei, Junge. Hey, wir werden für immer hier leben, Bruder. Schön ist Amerika! Amerika, no! Was für Amerika auch wichtig ist. Waffen. Bam! 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 Bro, ich schieß alle. Du darfst nicht viel, wenn ich auf dich schieß? Nö. Du hast gleich auf mich geschaut. So, Nachlagen. Nein. Ähm, kannst du damit lassen, bitte? Und boom, Bro, alle Ziele getroffen, Bro. Ich bin einfach der Beste, Bro. Ähm, Bro. Bro. Hä? Da hinten! Oh, schieß! Warte, nein, nein, nein. Chill, chill, chill. Die können doch gar nicht zu uns kommen. Ach so, stimmt. So ein Idiot. Ihr Dummköpfe! Ihr dumme Amerikaner! Wir sind hier in Albanien! Äh, wir sind in Albanien! Äh, wir sind in Albanien! Äh, Bro, die fallen alle runter. Gehört das so? Äh, äh. Äh, warte mal. Einer fehlt doch. Wir wollten doch André mitnehmen. Und da ist ein Pillikopter. Das ist ein Yadda-Copter. Oh, 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 oh! Oh! Äh, war das André? War das André? Ich weiß es nicht. Bro. Wir müssen gucken, ob es André war schnell. André! André! Ähm... André hat sich verändert. Äh, nee, er sieht immer noch so aus wie immer. Hast recht. Warte, wir müssen sie retten. Herz-Rhythmusstörung. Pass auf, geh ein Stück zurück. Ich zeig dir, wie das geht. Okay, aber der Heli kommt noch da hinten, sieht nicht gut aus. Oh, äh. Ah, ah, André! Egal. Ich glaub, André ist noch da oben. Okay, ich rette sie. Ich rette sie. Pass auf, ich rette sie. Mach Herz-Rhythmusstörung, mach Schase! War nicht richtig? Wir haben unseren Fall als Helden verloren, leider. Sie war schon tot. Du hast recht, ähm, der Fuß sieht gar nicht gesund aus, noch. Warte. Äh, äh. Äh, äh. Ich will auch... Okay, äh, lassen Sie einfach mal liegen, Bro, ja? Okay, wir lassen es liegen. Aber wir sehen uns am neuen Soße, Amerika! Und... Der Heli ist gelandet. Ich glaub, der ist... Der... Das sah nicht so aus, als würde er landen. Doch, doch, der ist gelandet. Alles ist okay, Bro. Die Zombies sind auch normal hier in Amerika. Das sind so Cheat-Übungen. Komm mit, Braxis. Wir gucken, ob André noch am Leben ist. Denn André wollte nachkommen, Freunde. Und zwar in das schöne Amerika. Das ist ein Zombi! Wo? Ähm. Ähm. Nein, Sie haben Knall! Headshot! Braxis! Ich bin... Ausgebildeter... Äh... Bruder, Bruder? Trottel bist du. Ein ausgebildeter Trottel. Lass nach und schießt! Dankeschön. Ich hab doch getroffen. Was ist dein Problem? Sag mal. Ist doch okay. Ey, die haben hier einfach gar... Ey, die haben gar eine Party gemacht, Lass! Mein, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch, mein Fleisch! Äh, warte mal, gib mal einen Biss! Sag bitte! Oh, oh! Gib mir einen Biss! Okay, du bist Alvaner. Ah! Ey! Lecker, danke! Oh, Bruder, wir können hier fett Party machen, ja? Ich hab Weinflasche! Wo sind die Chicks? Okay, Braxis. Ich glaube, wir haben eine Mission. Mach mal hier auf. Okay, hier ist nix. Hier rein. Nö, da ist auch nix. Wir haben eine Mission. Und zwar, glaube ich, müssen wir hier zusammen jetzt ziehen und dann da reingehen, Bro. Okay. Äh! Boah, das war stark! Äh! Hier ist doch schon zu! Ich bin sauer! Warum? Weil Amerika nicht so ist, wie ich mir gedacht habe. Ich verstehe das, Braxis. Guck mal. Okay, chill, chill, chill. Die brauchen wir für die Zombies. Ich dachte auch nicht, dass hier Zombies sind. Aber die brauchen wir noch für die. Also, komm mit! Helf mir! Das Ding... Äh! Äh! Um zu ziehen, Braxis! Die Brille! Äh! Komm, bist du, Bruder? Ja, ja, Entschuldigung! Äh! Okay, was finden wir hier? Mach dein Licht! Danke! Wirklich! Ähm! Äh! Guck mal nicht so, das geht mit einer Hand. Spaß hier! Kleber gefunden! Denkst du, wir brauchen Kleber? Woviel Kleber? Wohin ich! Oh, hier ist noch eine Waffe! Oh, hier ist noch eine Waffe! Äh! Entschuldigung, das ist meine Waffe! Hast du ein Problem damit? Äh! Ne, alles gut, dann gehört der USB-Stick mir! Was ist das für ein... Ähm... Celebrity-Feedpicks! Bro, was passiert, wenn ich so schieße? Sag mal! Bruder, scheiß mal da rauf! Weißt du, was ich gefunden habe, Bro? Ein USB-Stick! Weißt du, was da draufsteht? Lest! Alle Ozu-Mann abonnieren! Äh! Äh! Ja, ist fast gleich! Genau, ja! Wir brauchen einen Laptop oder wir müssen zu André und der hat eigentlich... Okay, komm, Mensch! Willst du hin? Wir müssen hier rüber, wir müssen hier rüber! Hallo? Entschuldigung? Wenn hier jemand drin sein solltet, dann ist jetzt die letzte Chance! Ansonsten kommt Odomann und ich mach die Tür von innen wieder zu! Äh! Oh mein Gott, Bro! Hier ist ein Manneke! Oh! Ich hab schon lang keine Frau mehr gesehen wie du, süße Schnecke! Du siehst heiß aus! Du hast... Du hast schöne Kurven! Wir müssen uns konzentrieren auf die Mission! Okay, Entschuldigung! Guck mal, sie hat ein Wunder... Meiner! Okay, das ist jetzt Cowboy-Brexit geworden, aber guck mal, wie... Guck mal, Bro, sie ist so wild! Sie... Kannst du meine Frau in den Rollen lassen? Hä? Achso, oh! Das war ich gar nicht! Ey, geh weg von meiner Frau! Entschuldigung! Ge weg von meiner Frau, Junge! Hast du mich verstanden? Entschuldige dich! Da ist deine Frau! Okay, klar! Wir fragen sie selber! Sie gehört dir! Wildchen, von wem bist du der Mann? Von wem? Nein, warte mal! Von wem bist du der Mann? Nein, warte mal! Warte mal, ich glaub das war falsch, Bro, ey! Egal, egal, egal! Lass einfach... Lass einfach weitergehen! Bro, guck jetzt! Bats, Junge! Hau den Scheiß da weg, Digge! Da fehlt das halbe Auto, gell? Irgendwie ist da was falsch gebaut worden, aber schau mal, wir haben hier einen Reifen! Und was können wir da... Brexit, das könnte ein gutes Klo sein für dich! Sag ich! Was passiert eigentlich, wenn ich hier rauf schieße? Äh, das würde ich vielleicht nicht machen! Warte! Du würdest das vielleicht nicht machen! Aber ich! Passiert doch nichts, siehst du? Du hast recht, du hast recht! Okay, lass... Äh, weiter, komm! Das Ding ist, wir müssen zu dem Helikopter, Bro! Die haben Vorräte für uns, damit wir unsere Base aufbauen können in Amerika! Äh... Hier hinten! Achso! Entschuldigung! Ich bin da! Kannst du mal die Pistole wegstecken? Das... Du... Du bist irgendwie gefährlich damit! Kannst du einfach mal leise sein? Ich hab... Hab nichts gesagt! Entschuldigung! Wir gehen weiter! Wir gehen weiter, Leute! Und... Bro! Äh... Das sind Zombie-Laden! Sie ist nackt! Nicht schießen! Meins! Schwarz angepasst! Meins! Äh... Wie deins! Na, siehste! Ich weiß! Ich bin hübs und so! Ja! Wir können auch gerne einfach ein... Jo! Knall sie ab! Okay, alles gut! Alles gut! Ich glaub, sie wollte kein Date, Bro! Äh... Ich glaub auch nicht, Bro! Ich glaub, du bist mit dem Cowboy-Hut zu wild für sie! Du wilder Cowboy! Okay, Brex! Siehst du da hinten? Sind Zombies! Oh! Äh... Brexys! Ich glaub, der Helikopter ist nicht so stabil, Bro! Oh, oh! Jo! Was ist da passiert? Gut, äh... Bruder, das ist am... Amerika! Ich glaub, wir müssen da hochklettern! Ja, aber die Leiter ist, äh... Schuh! Guck jetzt! EXPOTOS! Warte, warte noch ganz kurz, ganz kurz! Okay, okay, okay! EXPEDIAMOS! Okay, guck jetzt! Drei, zwei, eins! EXPEDIAMOS! EXPEDIAMOS! Was war das? PULAMAN! Komm einfach hier rüber! Ich glaub, wir müssen hier rüber und hier ist, ähm... Wir sind ein Freunde, über uns ist der Helikopter, wo André denn ist. Wir müssen André retten! Dann haben wir ein unbeschwertes Leben! Gehen zurück zu unserem Trailer! Und dann! Schlag ein! 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 Bro! Was? Weißt du, für was FCA steht? Fette Zellulite Amerikaner! Oh mein Gott! Sie wollten alle zu Zombies machen! Sie wollten uns dick machen! Keine Bewegung! Oder die Loli-Polizei kommt! Genau! Wir sind die Loli-Zei! EIN! EIN! CLEAR AGENT! Oh du Mann! Alles klar! Agent Braxis Cowboy Maxis! Wir müssen weiter, Bro! Irgendwo hier ist... Oh! Oh! Warte mal! Bruder! Wer ist das? Wer ist das? Nein! Glaubst du, was ich denke? Ich glaub! Ich weiß, wie du denkst! Sag es! Wir sagen auf drei! Auf drei! Eins! Eins! Zwei! Zwei! Drei! Drei! Deine Mutter! Was hast du gesagt? Warte! Bro, Bro! Ich dachte das... Also... Ich will... Ist das Mama? Ey! Pssst! Ey, Brex! Was jetzt? Okay, hier steht ein fettes Schild, wo wir klettern müssen, Brex! Und da unten sind... Oh du Mann! Geh zur Seite! Geh zur Seite! Geh zu... Geh zuerst! Ich springe! Nein, 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 nein! Komm mir nicht zu nah, sonst springe ich! Bist du dumm? Hä? Stimmt? Hä? Bin ich dumm? Stimmt, da war ja was! Kletter aber du zuerst! Wenn du ein Mann bist! Wenn du ein Mann bist! Weil du ein Mann bist! Weil du ein Mann bist! Du hast Bart! Du hast recht! Du gehst da jetzt durch! Ha! Ah! Okay, Brex! Bruder! Wenn ich runterfalle! Bro, hör mir zu! Wenn ich runterfalle! Löscht mein Browserverlauf! Das ist das Wichtigste! Ich verspreche es dir! Oh du Mann! Oh du Mann! Drei, vier, zwei... Nein! Du schaffst das! ich das denn? ich komm jetzt! Okay, ich habs geschafft! Rex ist! Eins! Ein nach detective! Bruder! Komm! Nicht loslassen! Odomar! Du schaffst das! Du schaffst das! Rex! Ja! Stell dich so ein bisschen im Videospiel, jetzt komm rüber! Odomar, ich tue alles für dich! Aber bitte Odomar, mach die alpanische Flagge, sonst fall ich! Okay, wir haben es geschafft! Ihr Opfer Zombies! Der? Du! Du, genau du! Du bist sogar ein Zuschauer von mir! Wenn du mich geabonniert hast, dann weißt du, was mit dir passiert? Keine Prüste, Junge! Nein, 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 chill, chill, chill! Okay! Wer ist der beste YouTuber? Du, richtig! Danke! Glück gehabt, sonst hätte ich mich umgebracht, Glück gehabt! Okay, cool! Okay, Rex! Elewator! Da müssen wir hin und da ist, ähm... Warte mal, Bro! Äh... Entschuldigung? Entschuldigung, Sie! Warte mal! Eine Frage! Wir haben hier uns verlaufen! Wir wollten in Amerika sein, aber... Äh... Oh, hier! Schenk ich dir! Danke! Warte, ich leg sie hin! Oder ich werf hoch, fang! Erf hoch! Drei, zwei, eins, go! Oh! Samurai, Odomar! Und die Batarione! Äh... Na, 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 na! Das hat ein Doppelgänger! Komm! Wir müssen hier hoch! Bist du bereit, Bruder? Komm! Lauf! Äh, warte mal! Das sind Zoppies! Die Schweine-Kleise-Jahr-Prinzess! Lass den in Ruhe! Kommt her! D-d-d-d-d-d-d-d! War mit deiner Fresse, Digga! War mit deiner Fresse, Digga! War mit deiner Fresse, Digga! Wer bist du, Digga? Komm her! Äh, keine Kachi, Bruder! Äh, ähm... Rex! Hä? Rex! Wir haben André verloren! Nein! Wegen dir! Nicht unser André! Wegen dir ist unser bester Freund! Tod, Junge! Ähm... Mein... mein... Messer ist kaputt! Rex! Nein! Rex, mein Messer ist kaputt! Hä? Das sieht mir noch sehr heil aus! Ähm... André! Zeig mir deinen Kopf! Es ist halb so wild! Hier ist nur ein bisschen... Ähm... Dein Nacken ist bisschen schief, Bruder! Komm mal! Hier! Ja! Zeig mir deinen... Kopf! Nein! Nein! Ich glaub... Äh... warte mal! Hier ist ein YouTube-Video, Bro! Wo bist du? Hier! Hier ist ein YouTube-Video! Jo! Lass mal reinkommen, Bruder! Rück rein! Äh... Es geht nicht! Äh... O... Odii... Was denn? Hier ist ein Hundesohn! Hahaha! Warte, Bruder! Warte! Ähm... Hier auch! Hä? Hä? Oh, guck mal! Du hast echt einen Hundesohn! Hallo, du Kleiner! Ja, Feini! Oh, wie süß! Du bist ja ein Feini! Du siehst... Du bist ja ein Feini! Du siehst... Du bist ja ein Feini! Du... Du bist auch ein Feini! Warte mal! Bro! Komm mal! Komm! Bello! Saps! Komm! Äh... äh... Hä? Achso! Du meinst nicht mich! Du meinst ihn! Sorry! Heute mal! Heute mal! Los! Ähm... Ähm... Zwei Hunde haben sich gekocht, meine Damen und Herren! Ja! Ja! Komm her! Äh... Komm her, Kleiner! Komm! Stopp! Ja! Ja! Und? Und? Aus! Aus! Fein! Fein hast du das gemacht! Komm her! Fein! Und du auch! Komm her! Ich oder er! Der hat Spaß daran! Heute mal, Bello! Bro! Weißt du, was das heißt? Chill, chill, chill! Denkst du, die haben André zu einem Hund geklost? Was? Denkst du, die haben André zu einem Hund geklost? Oh! André, bist du's? Packen wir mal die Beine weg und jetzt... äh... Wohin läuft der? Ähm... Was ist da grad passiert? Der Hund hat irgendwas in die Luft gejagt, dann hast du mich nicht gehört und ich hab mich äh... Eingewickelt! Ich war... Der Hund, das macht man! Ja... Ja, okay, Digga! Entschuldigung! Wir sind in Amerika! Du hast recht! Okay, Bello, komm mit! Ähm... Wir können ihn steuern und... Äh... Hier kommt Zombies Bro! Handloch! Eine Chance noch! Bleiben Sie still unter meinen Hund attackiert sie! Äh... Ja, gut! Okay! Bist du bereit? Wie in Amerika? Wie in Amerika! Warum hast du zwei Waffen und nicht nur eine, Digga? Das ist voll unfair! Ich hab keine Munition mehr! Wir müssen kämpfen! Naja, ich hab keine Munition, alles gut! Chill, mach mit's mal, Bro! Alles gut, Digga! Deswegen bist du mein besser Freund, Digga! Du weißt doch, wer hier der Hase ist! Schlag ein, Mann! So! Komm mit! Du hast Munition, ich nicht! Ich nehm das wieder zurück! Besser ist... Du hast natürlich recht! Komm, wir gehen da runter! Jawoll! Das wollte ich hören! So, warte mal! Bevor wir aber runtergehen, schicken wir unseren Hund mal dahin! Los, Bello! Los! Wir nennen eigentlich den Hund! Weiß ich nicht, deswegen schreibt jetzt unten in die Kommentare so... Wie der Hund heißen soll! Genau! Einfach, einfach! Tick, 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 tick! Tick, 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 tick! Tick, 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 tick... Tick, 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 tick! Tick, 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 tick! Und der beste Kommentar mit den meisten Likes! Wie unser Hund hier heißen soll! Den pinnt Odomann an! Fertig! Hab ich gesagt! Hab ich gesagt! Ja! Hat er gesagt! Machen wir auch so! Abfahrt! Wo ist unser Hund?! Abfahrt, los! Abfahrt! Ja, Maniac! Okay, da ist ein Zombie! Angriff! Fass! Ja, fass! Digga! Greif doch an, du dumm Kopf! Okay, jetzt! Okay, super! Unser Hott ist M! Wolltest du grad Sachen von mir klauen? Nein! Was war da drin? Ich hab mir nur geguckt, was hier ist! Ah, gut! Hier ist Munition drin! Hast du alles genommen, Digga?! Äh, nein! Abfahrt! Los, Angriff, Bello! Angriff! Bam! Digga in dein Gesicht, Junge! Let's go! So Brex, wir müssen jetzt weiter voran! Ich weiß nicht, was uns hier noch... Äh... Hier ist noch jemand! Warum machst du mit deiner... Bello, fass! Ich glaub, der Hund ist sehr viel wert, Bro! Genau, deswegen ist das auch mein Hund! Äh, das ist mein Hund! Scheng, Schang, Schong! Scheng, Schang, Schong! Okay, Schere! Stein, Papier! Okay! Scheng, Schang, Schong! Stein! Pistole! Doppelpistole! Du hast gewonnen! Du hast gewonnen! Okay, wir gehen weiter rein! Oh, Digga, hier gibt's richtige Action! Bro, alle mit One-Shot! So, One-Shot! One-Shot! So, weiter geht's, Digga! Wer bist du denn, Digga? Wer bist du? Komm mit, Braxis! Ey, wir haben hier einen Schlüssel! Und der muss hier rein! Nein, warte mal, Einstein! Der Schlüssel, der muss da rein? Ja! Und der Hund holt den jetzt! Ah, boah! Hast du Schlüssel studiert? Sag mal! Guck, guck, guck! Komm her! Komm her! Komm her! Na, na, Braxis! Bro! Da! Ich schmeiß! Nein, nein, nein! Bro, bitte! Der muss da rein! Bitte! Wir müssen doch weiterkommen! Was ist 2 plus 2? 1... 1... 2... 2... 2... 2... Es sind 4! Keine Ahnung, aber bestimmt ist das richtig! Weil du hast... Du bist Blut! Ich hab studiert, Bro! Mach... Dreh... Dreh jetzt... Du bist Maschine, Bro! Ähm... Warte mal! Das ist doch Eiche-Tese! 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 Was machst du hier? Eiche-Apla! Ich glaub, sie ist am Arschbruch! Hast du dein Schein nicht getrunken? Ich glaub nicht, Bro! Sie ist zur Pfurin geworden! Warte mal! Abiii! Ganz kurz! Weißt du, was hier steht? We-Ar-N-Ink! Bi-io... Bio! Das Bio, Bro! Bio-Gemüse! Hä? Das Bio-Gemüse holen! Aber... Äh... Was... Was wird da hier sagen, das, was du hier gemacht hast? Oh... Der liegt doch da, der da hier wieder! Aber guck mal hier! Hier ist Bio-Gemüse drin! Labern, ich komm! Doch, das steht hier! Bio-Gemüse! Genau! Und unser Hund auch ist hier! Äh... Wir kommen hier raus! Versprichst du... Vertraust du mir? Ich vertraue dir gar nicht, Digga! Du hast uns hier reingebracht! Ich hab ne bessere Idee! Was? Ich hab keine Idee! Ich wollte nur klug sein! Zieh einfach runter! Oh! 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 Was passiert? Was ist das? Da kommt was da raus! Was ist das? Oh! 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 Vielen Dank.